Wir russischen Frauen lieben es, Pelze zu tragen, erst recht solche. Das ist doch ein wahrer Zarenpelz. In Russland von großer Bedeutung. Wir sind nun einmal das Land der Pelze. Dieser sind Dollar. Na ja, das ist genauso viel wie für ein Auto. Aber teuer ist es nicht. Was heißt das schon, viel oder nicht viel? Wie ein Auto eben. Darf ich... Das ist eine exklusive Farbe. Der Mantel ist wie ein japanischer Kimono geschnitten. Die Brosche hier unten, natürlich handgemacht, besteht ebenfalls aus Zobel und Federn, Mantel unserer Kollektion. Er kostet auch um die 96.000 Dollar. So einen Mantel kann man natürlich nicht sofort mitnehmen. Den muss man maßgeschneidert bestellen. Dann wird er genauso, wie ich ihn haben möchte. Dieser Pelz ist der schönste von allen. Ich fühle mich wie eine Königin.